Hallo. Na? Ich freue mich euch zu sehen. Hi, na? Wie geht's denn so? Wie ist es ergangen die letzten Tage? Ich war ja lange nicht mehr da. Gut. Ja? Was macht Schachspielen? Ja, was ist das denn? Schachspielen? Ja, und einkaufen oder so? Mal wieder gewesen. Strecken. Machst du? Ja. Ja, das finde ich echt gut. Echt schön. Was guckt ihr denn Schönes im Fernsehen da? Ja, im Moment ist nichts im Fernsehen. Wir sehen nur Serien. Ja, ich kenne den Scheiß. Das ist auch langweilig. Was ist mit Spazien? Waren wir wieder draußen? Ja, ja. Ist gut. Das Wetter war heute schön. Das ist natürlich dein Ideal, ne? Ja. Das war wieder mal, ne? Ein schöner Tag heute. Natürlich. Und vor allem, wenn das Wetter so ist, muss man das auch nutzen. Man weiß ja nicht, wie lange man noch hat, ne? Genau. Gut. Ich komme vielleicht am Nachmittag noch mal rein. Ich muss ganz kurz noch was erleben, ja? Ja, ist gut. Alles klar. Tschüss, Oma. Tschüss, Oma. Hat mich sehr gefreut. Tschüss, ne? Tschüss. Tja, wer war das denn? Weiß ich nicht. Den kenne ich nicht. Ach was? Ne, hab ich nie gesehen. Oh.